Gabriel ist der Beta-Wolf des Rudels, der zweite in der Rangfolge. Er hat Daniel unter seine Fittiche genommen, oder seine Pranken, wie man hier besser sagen sollte, und ihm eine Menge über die Geschichte dieser Menschen beigebracht und über die Techniken, die sie im Laufe der Jahrhunderte entwickelten, um den Wolf in sich zu beherrschen. Dieser Anhänger, den Daniel trägt, ist etwas sehr Besonderes. Er hilft ihm, den Wolf in Schach zu halten und verleiht ihm mehr Sensibilität, um seine Handlungen zu kontrollieren, wenn er die Wolfsform angenommen hat. Der Anhänger ist viele Jahrhunderte alt. Ich habe Gabriel kontaktiert und ihn gefragt, ob er noch einen weiteren zur Verfügung hat. Dad rieb sich mit den Händen über das Gesicht. Die dunklen Ringe unter seinen Augen waren noch dunkler und tiefer geworden, seit ich ihn zuletzt gesehen hatte. Obwohl Gabriel sehr viel Einfluss auf das Rudel hat, gelang es ihm nach Daniels Probezeit nicht, die anderen Alten davon zu überzeugen, ihn dauerhaft bei sich zu behalten. Wahrscheinlich war die Erinnerung an den Schaden, den sein Vater dem Rudel zugefügt hatte, noch zu frisch. Sie schickten Daniel wieder weg. Ich ließ den Kopf hängen. Hier gab es also ein paar weitere Namen auf der Liste von Menschen, die Daniel abgelehnt hatten. Eine Liste, auf der nun auch mein Name stand, nachdem ich es nicht geschafft habe, ihm in die Augen zu blicken. Wie dem auch sei, bevor Daniel aus der Kolonie ausgeschlossen wurde, erzählte Gabriel ihm, dass es vielleicht einen Weg gäbe, um seine Seele aus der Umklammerung des Wolfs zu befreien. Dass sich eine Heilung finden ließe. Er wollte ihm keine Einzelheiten verraten, sagte aber, dass er eine Niederschrift des Heilungsrituals finden könne, wenn er nur intensiv genug danach suche. Er riet Daniel auch, die Hilfe eines Gottesmann in Anspruch zu nehmen. Er riet ihm, dorthin zu gehen, wo ihn jemand liebt, nach Hause. Und deshalb hat er dich aufgesucht. Du bist der Mann Gottes. Ja, ich habe bereits alle möglichen Aufzeichnungen zum Thema durchforstet und nach einer möglichen Heilung gesucht. Dad deutete auf die auf seinem Schreibtisch verteilten Bücher. Dann wurde mir klar, dass die Lösung religiöser Natur sein musste. Also etwas, das nur ein Mann Gottes erwirken kann. Ich erinnerte mich an einen orthodoxen Priester, dem ich vor Jahren einmal begegnet war. Er erzählte mir von einer Reliquie, die man in seiner Kathedrale aufbewahrt. Ein Buch, das die übersetzten Briefe eines Mönchs enthält, der während der Kreuzzüge nach Mesopotamien reiste. Ich hatte damals nicht so sehr darauf geachtet, doch der Priester witzelte, Er habe einen durch Unterlagen belegten Beweis, dass Gott die Wehrwölfe erschaffen hat. Dad öffnete die Schreibtischschublade und zog ein hölzernes Kästchen hervor. Der Deckel hatte ein goldenes Intasienornament aus Sonnen und Monden. Ich bin am Donnerstag fast die ganze Nacht gefahren, um zu dieser Kathedrale zu kommen. Es hat mich ein wenig Überredungskunst gekostet, doch der Priester willigte schließlich ein, das Buch unserer Gemeinde auszuleihen. Ich konnte nicht eher Ruhe finden, bis ich auf die Antwort gestoßen war. Du hast sie gefunden? Fragte ich. Mein Herz raste. Kannst du Daniel heilen? Nein. Dad starrte auf das Kästchen. Ich kann ihm nicht mehr weiterhelfen. Nein, du hast sie nicht gefunden? Oder nein, du kannst ihn nicht heilen? Dad nahm seine Brille ab, klappte die Bügel ein und legte sie sorgsam auf den Tisch. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und massierte sich die Nasenwurzel. Sag mal, Grace, liebst du Daniel? Wie könnte ich? Erwiderte ich und betrachtete die sich ablösende Haut an meinem Daumennagel. Nicht nach dem, was er Jude angetan hat. Es wäre nicht richtig. Liebst du Daniel? Dad Stimme ließ mich wissen, dass ich all diese Erwägungen außer Acht lassen sollte. Liebst du ihn? Tränen traten mir in die Augen. Es war seltsam, dass ich überhaupt noch welche übrig hatte. Ja, flüsterte ich. Dad säufzte und hob das Kästchen auf. Dann liegt es nicht mehr in meinen Händen. Er stellte das Kästchen genau vor mich. Irgendetwas klapperte darin. Ich denke, du musst nur die Antwort für dich selbst herausfinden. Ich bin da, wenn es soweit ist. Aber du musst deine eigene Wahl treffen. Später Nachmittag Ich saß mit untergeschlagenen Beinen auf dem Bett und hielt das Kästchen zwischen meinen Knien. Ich konnte kaum glauben, dass sich alle Antworten und die letzten Puzzlestückchen in so einem kleinen Kästchen befinden sollten. Konnte ich wirklich auf diese Möglichkeit hoffen? Vielleicht enthielt es aber auch nur noch mehr Enttäuschungen. Vielleicht gab es überhaupt keine Heilung. Das hätte erklärt, wieso mein Vater so erschöpft und müde wirkte. Vielleicht dachte er, er müsse es für mich selbst herausfinden, um mich dann ebenso damit abzufinden wie er. Doch er hatte gesagt, dass ich eine Wahl treffen müsste. Ohne Wissen, ohne Antworten ließ ich das nicht tun. Warum kann ich da nicht einfach das Kästchen öffnen? Die Wahrheit war, dass ich Angst vor den Antworten hatte. Ignoranz ist vielleicht kein Segen, doch sie war wohl, dem Schmerz vorzuziehen, der aus den bereits gefundenen Antworten resultierte. Ich starrte das Kästchen an, bis sich meine Beine in ihrer Position verkrampften. Meine Finger zitterten, als ich den angelaufenen Goldverschluss berührte. Ich schob ihn zur Seite und öffnete den Deckel. In dem Kästchen lag ein Buch, das älter und abgegriffener als alles aussah, was ich je in Dads Büro gesehen hatte. Der Buchdeckel hatte eine verblichene, safirblaue Farbe und war mit den gleichen goldenen Sonnen und Monden verziert wie das Kästchen. Vorsichtig strich ich mit den Fingern darüber. Als ich das Buch herausnahm, befürchtete ich schon, es könne auseinanderfallen. Zwischen den Buchstaben ragten mehrere Papierstreifen herum. Hatte Dad bestimmte Stellen markiert, um mir das Lesen zu erleichtern? Ich blätterte durch die filigranen, stoffähnlichen Seiten bis zum ersten Lesezeichen. Die Seite sah aus wie eine von Hand geschriebener Brief oder eine Kopie davon in verblichener brauner Tinte. Dad hatte gesagt, es sei eine Übersetzung und nicht das Original. Ich wünschte mir plötzlich, neben dem Malunterricht auch Mrs. Millers Kalligrafie-Klasse belegt zu haben, als ich versuchte, die blassen Schriftzeichen zu entziffern. Meine liebste Catherine, die freudige Nachricht einer Vermählung mit Simon St. Moon hätte mich zu keiner besseren Zeit erreichen können. Mein Feldlager wurde von Verzweiflung bewältigt, und viele der Fußsoldaten und Knappen verbergen sich vor dem Heulen der Wölfe, die unser Lager bei Nacht umstellen. Sie glauben, dass wir auf Gottes Geheiß wegen unserer Sünden von ihnen verschlungen werden. Mein Knapper Alexius behauptet, dass die Wölfe gar keine gewöhnlichen Tiere sind, sondern die Hunde des Himmels aus den hiesigen Überlieferungen. Er berichtet mir, dass es Männer sind, die ernst von Gott gesegnet wurden und für ihn kämpften, doch durch den Teufel von ihrem Streben abgebracht wurden und nun verflucht sind, als wilde Kreaturen über die Erde zu streifen. Ach, kleine Schwester, dir würde mein lieber Alexius gefallen. Ich bereue nicht, ihn nach den Feuern als meinen Knappen gewählt zu haben. Viele andere der Jungen hier sind längst nicht so begabt. Ich bete, dass wir diese Schlacht beenden und weiter ins Heilige Land ziehen. Ich habe mein Dorf nicht verlassen, um an der Tötung anderer Christen beteiligt zu sein. Vielleicht versucht ja der Teufel auch, uns von unserem Streben abzubringen. Vater Miguel versichert uns der Richtigkeit unserer Mission und sagt, dass Gott uns beisteht in unserem Kampf gegen die griechischen Verräter. Ein leises Klopfen war an meiner Tür zu hören. Ich versteckte das Buch und das Kästchen unter der Bettdecke. Herein, sagte ich in Erwartung von Charity und dem Abendessen. Hey. Jude lehnte im Türrahmen. Er hielt einen dunkelgrünen Aktenordner in den Händen. Für dich, sagte er, trat auf mein Bett zu und reichte mir den Ordner. Was ist das? Mit dem Fuß schob ich das Buch noch weiter unter meine Decke. Deine ganzen Hausaufgaben, erwiderte er und lächelte schwach. Die Noten aus dem ersten Jahrgang sind für eine Aufnahme am College ganz entscheidend. Ich wollte nicht, dass du da hinterher hingst. Ich habe April überredet, dass sie dir ihre Notizen aus dem Englischunterricht kopiert. Aber Mrs. Howell sagte, dass du ihr noch eine von den Eltern unterzeichnete Arbeit schuldest. Mist, das hatte ich total vergessen. Ich habe ihr gesagt, dass du dich in letzter Zeit nicht so wohl gefühlt hast und konnte sie überreden, dass du die Prüfung wiederholen darfst. Sie meint, du kannst es nach der Schule machen, wenn es dir besser geht. Wow, dankeschön. Das ist wirklich... Typisch, Jude. Ich wusste gar nicht, wieso ich so erstaunt war. So etwas war doch für meinen Bruder ganz normal. Das war genau das, was ihn ausmachte. Aber ich hatte gedacht, dass er nie wieder mit mir reden wollte. Nicht nach dem, was ich getan hatte. Ich bin dir wirklich dankbar. Jude nickte. Wenn du so weit bist, kann ich nach der Schule auf dich warten, während du deine Prüfung machst. Dann brauchst du hinterher nicht allein nach Hause zu gehen. Er ging zur Tür, blieb stehen und blickte mich dann wieder an. Zeit, aus dem Bett zu kommen, Gracie. Er weiß es. Ich kenne die Wahrheit über das, was damals mit ihm geschehen ist. Und er weiß es. Es tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe, sagte ich leise. Jude nickte zaghaft und schloss die Tür hinter sich. Nachdem ich ihnen den Flur hinuntergehen hörte, zog ich das Buch und das Kästchen wieder unter meiner Decke hervor. Ich klappte den Deckel über Catherine und ihrem Bruder zu und verschloss das Kästchen in meiner Schreibtischschublade. Ich konnte nicht weiterlesen. Ich musste die ganze Sache vergessen. Jude entwickelte sich weiter, sah nach vorn und machte andere Dinge. Und das musste ich auch.